Wir feilen dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum, also 40 Jahre Laufsport Buhnert in Duisburg. 40 Jahre Buhnert, Highlights gibt es jede Menge. Man hat nur mit Leuten zu tun, die das eigene Hobby lieben und das ist, glaube ich, das Besondere für uns alle hier. 40 Jahre Buhnert ist erst der Anfang und ich freue mich natürlich auf die nächsten 40 Jahre mit euch und natürlich euch dann halt hier begrüßen zu können. Wir freuen uns auf das, was noch kommt und mit unserer ganzen Kompetenz gehen wir das weiter an unsere Kundschaft und wir rocken das Ganze.